ok 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 eine scheiße gebaut den den sprung den schätze ich komplett falsch ein das ist mega fies gebaut von den texturen er ich denke da gibt es runde aber das ist ungefähr auf der selben höhe wie ich also die plattform wo ich drauf muss ist das höher wie lange sind sie schon dran wann habe ich ein stream angemacht und davor habe ich das bestimmt eine halbe stunde auch schon mal gespielt gab jetzt nicht am stück team habe ich angemacht um 19 uhr oder so fach ja das ding ist am letzten level von super mario 3d world da saß ich legitim monate dran weil das habe ich dann immer ein zweimal getreut und dann habe ich die konsole wieder ausgemacht es überrascht mich immer wenn er dort die kante greift da habe ich eine drehung zu wenig gemacht gab da habe ich ein schleudern zu viel gemacht ich habe ich habe ja 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 Aber alles ist gut, solange du wild bist oder so Oh, wie war hier das Timing? Ich glaube so Uh Du klatschst Kann ich mir nicht hier einfach den neuen, den, den, den sechsten holen wieder Zwiebelbau Zwiebelbau Ich finde das übrigens immer noch genial, dass die Fähigkeit von der Zwiebel ist, sich lange Wurzeln zu machen Ich muss zugeben, hier werde ich immer ein bisschen nervös, wenn ihr so direkt auf mich zukommt Aber nur ein bisschen So Und jetzt einfach hier bleiben Ich finde das so super Oh, das sieht jedes Mal aus, als würden sie mich erwischen, aber dann doch nicht Und einfach mit Yoshi weiter flattern Musik wechseln Ich muss dann bei dem Part jetzt ausnahmsweise mal bitte ruhig bleiben Guck mal, so einfach ist das Ich brauche noch nicht mal zu Sphinx, weil ich habe noch volle Leben So, und Yoshi einmal Opfern Sieh ja, Nerd Äh, achso genau Im Moment wusste ich nicht wo lang Und hier muss ich mir wieder den Kopf behalten, stehen zu bleiben unter den Regen Genau hier. Und dann wäre auch dieser Part geschafft und es geht ans Fliegen. HEP! Nanananana. Nanananana. Oh oh, jetzt habe ich schon gespannt. Ist gefährlich. So, und jetzt kommen wir wieder zur Scheiße. Yay! Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Also meine Taktik, die Viecher auf der Plattform töten zu wollen, fand ich eigentlich persönlich gar nicht mal so übel. Was heißt, auf der Plattform töten zu wollen? Einfach so, ne? So, jetzt sind die schon mal weg. Und ich habe den Gong geschlagen. Okay. Okay. Darf keiner hinter mir spawnen, darauf muss ich achten. Wie weit kann die Platz... Da blickt doch keiner mehr durch. Ähm. Ähm. Naja, drei Leben gehen ja noch. Davon abgesehen, dass ich hier ja dran gestorben bin, dass ich einfach runtergefallen bin. Und es egal ist, wie viele Leben ich habe. Ups. Hallo? Hä? Okay. Ja, genau! Must be nice! Was wollt ihr noch von mir? Was wollen die da drüben von mir? Ein Herz! Als Abo! Ich sehe schon. Da ist fucking Donkey Kong! Du Bastard! Ah! Ja, 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 ja! Mal sehen. Also man kommt hier rein. Dann geht das... Da drüber. Hier springen. Weiter, 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 weiter. Ne, hier muss man weiterlaufen. Das geht nicht. Da kommen ja immer Fässer runter. Weiter, 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 weiter. Hier kommt jedes... Da kommt ein Fass runter. Da kommt ein Fass runter. Und dann ist... Frei. Frei. Und dann kommt eins. Aha. Dann gibt's auf den haarigen Affensack. Okay. Mal sehen. Ich bin gespannt. So hätte ich das gerne von der Kamera. Oh, was stimmt denn hier nicht? Das ist ja alles sehr... sehr merkwürdig gerade. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja, sehr gut. Was hab ich gesagt? Eins. Zwei. Jetzt kommt erstmal keins, oder? Doch, da kommt eins. Ich bin gekommen, ob dich zu holen. Warum folgt mir denn das Fass? What the fuck? Was ein Bullshit? Unfair. Schiebung. Ja, sichi. Jetzt hab ich ein Leben und darf irgendwas mit Bauder machen. Alles klar. Ich verlange... Ein Rematch mit Donkey Kong. Um alle meine Leben. Polo Yoda. Ich bin Bowser. Okay. Den Part kenn ich. Oh, ich hab alle Leben. Ähm, den Part haben sie getunt. Warte, man kann auch schütteln, um Feuer zu sparen. Ja, hat super geklappt. Ich merk schon. Ähm, hier geht's weiter. Ich glaub, einfach schlagen. Ha! 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 Und umdrehen. Die werden ja immer schneller. Hier sollte ich mir eigentlich eine Rebbe lassen oder so. Hm. Oder einfach... Einfach den Schummler machen. Aber könnte ich auch Leben wieder kriegen. Leute, das war's schon. Sehr dramatisch. Ähm, was passiert jetzt? Für die Musik ist mir eigentlich grad zu ruhig. Ähm. Leute? Das ist das... Das ist das klassische Thank you for playing. Thank. Thank you for playing. Du? Den Hut auszubehalten, Mister. Den brauch ich nicht mehr. Denn wir sind hier fertig. Da oben. Da sind die Münzen, die ich brauch. Auf diesem Gebäude. Mitten auf dem Mond. Komm her, Froggy. Wir haben diese Reise angefangen. Und wir werden sie beenden. Holy shit. Ich werde gleich ganz sentimental hier. Oh, so viele Münzen. Abbruch, Abbruch. Ich brauch die Münzen. Okay, jetzt dürfen wir wieder sentimental werden. Das sollte ich einfach nicht machen. Dankeschön, Xamon. Ich hab mein Bestes gegeben. Äh. Auf der Seite geht's nicht höher. Ups. Ich bin froh. Dass ich diesen Moment auf Stream habe. Das glaubt mir doch wieder keiner. Oh, die Musik wird trauriger. Das heißt, ich sollte mal anfangen, langsamer zu rubbeln. Einfach, um mehr von der coolen Spielermusik zu haben. Ja. Mario. 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 Ja, nice. Gefällt mir. Erstmal vor allen Leuten. Ich hab den Unsichtbarkeitshut erhalten. Gut.